Ja, vielen Dank. Ich bin der Markus, bin seit knapp über zehn Jahren eben in der Lead-Generierung, in der Insight-Sales für verschiedene große IT-Unternehmen, also so mit die größten, die man so kennt, eigentlich global unterwegs. Und ich mag daran sehr, dass man eben wirklich persönlich mit den Menschen ins Gespräch kommt, und echtes Insider-Wissen auch erfährt. Man weiß sozusagen, wo sind die Pains der Experten, teilweise auch eben bei ganz großen Unternehmen, mit denen man dann in Kontakt kommt. Und ich würde sagen, man braucht folgende Skills. Skills zuhören, Geduld, Ausdauer, autodidaktische Autodidaktik quasi, also wirklich als Eigenschaft, dass man sich gerne immer wieder mit neuen Themen, weil die IT-Welt ja ständig im Wandel ist, beschäftigt. Also man könnte sagen, Technik, Begeisterung und Freundlichkeit auf jeden Fall auch, weil man ja doch eben viel mit Menschen kommuniziert, braucht es Freundlichkeit und Ehrlichkeit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Gesprächspartnern einfach verständnisvoll zuhört und die Möglichkeiten des jeweiligen Bewerbers transparent darstellt, dann hat man gleich mal so ein Stein im Brett. Also wenn man auch schmerzhafte Punkte, die vielleicht manchmal vorfallen, weil die IT-Welt ist ja riesengroß und der Wettbewerb ist hart. Und dabei gibt es auch dann immer wieder mal kleine Pains oder Fails, vor denen auch die Größten nicht gefeit sind. Das ist einfach so. Und da einfach Verständnis zeigen und wirklich auf die Gesprächspartner eingehen, ist einfach mega wichtig. Dann fühlen die sich abgeholt und sind einfach bereit, sogar mit Bewerbern, mit denen sie schon mal schlechte Erfahrungen vielleicht irgendwann mal gesammelt haben, sich wieder einzulassen, also zumindest die Tür einfach wieder zu öffnen. Und genau, das würde ich so als die wichtigen Eigenschaften bezeichnen. Bist auch du Softwareentwickler oder IT-Experte und bist es leid, aufgrund der aktuellen Umstände, dass deine Kunden keine Investitionsbereitschaft mehr haben, dann bist du hier genau richtig. In meinem Programm lernst du, wie du dich so positionierst, dass die richtigen Kunden nicht nur auf dich zukommen, sondern auch diese bereit sind, deine Preise zu zahlen. Ich habe es schon mit über 100 von Softwareentwicklern umgesetzt. Ich selber war mal Softwareentwickler. Ich weiß ja so, von was ich spreche. Ich kenne den Markt. Wir sind über 10 Jahre IT- und Marketing-Experte, spezialisiert explizit auf dem Softwaremarkt und nichts anderes. Und wenn dich das interessiert, dann gerne findest du hier unten den Link für eine 30-minütige Gratis-Strategie-Session. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zur Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast du ein bisschen Material, guckst dir an, one size fits all. Ist doch egal, ob du Designer, Grafiker, Programmierer oder weiß ich nicht was, Gartengestalter bist. Das hilft einem halt nicht weiter. Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat. Weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise. Also er sucht Kunden raus. Er hat ein Riesennetzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett verkaufsfertige Leads. Nicht 100 Stück im Monat, weil das brauchen die wenigsten, sage ich mal so. Aber ein, zwei, drei. Und die haben es dann wirklich in sich, wo man im Endeffekt nur noch jetzt das Gespräch nicht komplett vermasseln muss und man ein neues Projekt, einen neuen Auftrag hat. Und so soll es eigentlich sein. Also deswegen, wenn ihr in der Situation seid und euch überlegt, wie ihr mit eurem Business entspannter vorwärts geht, wie ihr besser Kunden und Projekte akquirieren könnt oder drankommt, kann ich euch Thomas nur empfehlen. Der hat wirklich was auf dem Kasten und der hilft euch wirklich weiter. Vielen Dank.